Total War Warhammer 3 Hotfix 4.0.5 ist draußen. Ein riesiges Feuerwerk an Optimierung für Total War Warhammer 3 kommt gerade raus und ich spüre so richtig, wie japanische alte Männer den CEOs von Creative Assembly in den Nacken atmen. Eine schöne Vorstellung. Mehr zu diesem Patch seht ihr jetzt gleich hier im Video. Ja, ich hoffe euch hat das Intro gefallen, dass gerne das Abo da. Falls ihr weitere News dazu haben wollt, was es so im Total War Warhammer 3 Kosmos gibt, ich garantiere euch in den nächsten Tagen interessante Einblicke, die geleakt sind durch diverse YouTuber und Creative Assembly Mitarbeiter, die hier so ein bisschen verteilt werden sollen, was Pharao, Hyenas, aber auch Total War Warhammer angeht. Aber nicht das Thema des Videos heute, denn heute sind nämlich leicht überdrüssige japanische Vorgesetzte, die bei Creative Assembly direkt im Büro platziert worden sind, um ihnen auf die Finger zu hauen. Das Thema, die vermutlich dafür sorgen, dass wir jetzt gerade so viele Patchs und Verbesserungen für Total Warhammer 3 bekommen. Wobei sich darüber mit Sicherheit streiten lässt, ob das jetzt viele sind. Das sind doch zugegebenermaßen zum Teil nur so ein bisschen fast schon kosmetische Themen, aber zum Teil auch sehr, sehr schlimme Themen. Und eines davon wird hier in diesem Patch angegangen. Hotfix 4.0.5. Wir haben am 12. Oktober rausgekommen. Es tut mir leid, dass ich so lange brauche, bis ich dieses Update gemacht habe. Es war einiges los. Ich war ja in Mallorca und habe versucht, die North-CAN-Version aufzuhalten. Hat am Ende dann zum Glück geklappt. Der Jahresurlaub der Deutschen nächstes Jahr ist gesichert. Ja, wir kriegen ein DLC nach dem anderen. Nicht DLC, sondern Hotfix nach dem anderen. Nach dem Release am 31. August von Shadows of Change. Hotfix 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5. 4.0.5 haben wir mittlerweile. Und der große Patch 4.1, den erwarten wir eigentlich. Und der ist auch angekündigt worden, dass er kommen soll. Der ist auch noch angekündigt, dass er kommen soll. Entschuldigung, gerade ein kleiner Fehler im Video. Soll Mitte Oktober, ich vermute mal, er wird Mitte Oktober kommen. Spätestens im November, denn im Dezember ist ja schon Thrones of Decay angesagt. Ob der, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der auch wieder 25 Euro kosten wird. Und wenn, dann muss der Inhalt darin wirklich riesig sein. Ich hoffe, die japanischen Männer, die gerade in Creative Assembly CEOs in den Nacken atmen, sagen ihnen, sie sollen bitte mehr Leute an diesem DLC arbeiten lassen, damit sich entweder die 25 Euro lohnen oder dass er einfach gut ist und günstiger. Also, sei es drum. So. Ähm, ja. S1 Sin hier hat vor zwei Tagen auf Reddit 1800 Upvotes bekommen, indem er geschrieben hat, was es bedeutet, wenn ihr mit euren Geldbörsen abstimmt. Und da ist übrigens, damit bezieht es sich auf den Release von Total War Faro, der wirklich absolut katastrophal gewesen ist. Falls euch das interessiert, guckt ihr an das Video hier oben bei mir. So, zum Patch kann man, oh, dass diese japanischen CEOs von Sega, ich meine, mit Versagen hatten sie bestimmt schon einiges kennengelernt, was ihre Sega Genesis Konsole, die Reige Konsole und vielleicht Sonic angeht. Aber mit Creative Assembly wollen sie das wahrscheinlich nicht so haben. Gut, kommen wir dazu. Was hat Creative Assembly gefixt? Und meiner Meinung nach sind das wirklich wichtige Fixes, die hier reingekommen sind. Zugegebenermaßen noch nicht so viele und da kann bestimmt noch der eine oder andere an Updates arbeiten und ich glaube, im Hintergrund wird schon gearbeitet. Aber Creative Assembly möchte unter keinen Umständen weiterhin so wirken, als würden sie sich nicht um die Belange der Total Warhammer Community kümmern, was ja letzten Endes ihre Geldquelle ist für alle ihre Projekte, an denen sie arbeiten. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Gut, springen wir rein in den Hotfix. Hotfix 4.0.5 und es werden einige kritische Schlachten-KI-Bugs behoben, die ich euch auch in den Videos der Vergangenheit bereits gezeigt habe. Und das war ziemlich heftig, das hat auch manche Quest-Schlachten und Verteidigungsschlachten in den Kampagnen total kaputt gemacht. Also es wurde ein Problem mit der Schlacht-KI-Zielauswahl geändert. Wenn, das hatte ich auch letztens im Video, also wenn ein Gegner, wenn ein Gegner, wenn ein Gegner der KI mit mehreren gegnerischen Regimenten in Kontakt kommt, dann dreht sie sich immer um, zu einen und zur anderen Seite. Habe ich vor einiger Zeit noch ein Video dazu gemacht. Und das bedeutet, also ihr habt so zwei Regimente, das ist das KI-Regiment und es kämpft gerade gegen euer Regiment und das wird dann irgendwie von der Seite angegriffen, das Ding von der KI. Dann drehen sich alle Modelle um und kämpfen nicht mehr für irgendwie 10 bis 13 Sekunden. Egal, was da reinkommt, egal ob es eine Heldeneinheit ist, ein gegnerisches Regiment oder irgendwas nur amstupst und dann durchkämpfen die nicht mehr richtig. Wenn ein Regiment von der anderen Seite kommt, dann kämpfen die weiter nicht. Das hat, ja, das hat die auf jeden Fall deutlich verschlechtert. Und als ein Ergebnis sollten die KI-Regimente, jetzt wenn sie von einer anderen Seite angegriffen werden, nicht mehr so häufig ihr Ziel wechseln. Na dann, ihr Wort, diese Patchnotes in Karl-Franzes Ohr, des Imperators Ohr, Moment, wer ist das? Nicht Karl-Franzes, in Sigmas Ohr, genau. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ganz, ganz kritisches Problem, meiner Meinung nach, was KI-Effektivität angeht. Nächstes Thema. Fix an issue where the AI would assign a disproportionate number of units to hunt down opposing outlying units. Auch der, wahnsinnig unterhaltsam. Das war nämlich so, wenn ihr ein gegnerisches, ähm, also wenn ihr eher zur gegnerischen Armee zum Beispiel einen Plänkler-Kaballery hingeschickt habt, damit die die gegnerische Armee irgendwie von der Seite beschießen. So viel schneller als der Gegner. Und ihr seid damit um den Gegner rumgezügelt oder so. Ihr könnt die gesamte gegnerische Armee hinter euch herziehen mit einem einzelnen eurer billigen Regimenter. Und währenddessen, also während die gegnerische Armee die ganze Zeit dem Ding hinterher gelaufen ist, konnte sie beschießen, angreifen, flankieren. War ein ziemliches Desaster. Ja, es war ein ziemliches Desaster. Ganze Elitäre, Elite-Zwergen-Armeen wurden so vernichtet in verteidigendem Schlachten der Tiermenschen. Da gab es auch Videos dazu von Legend of Total War oder so. Genau, also jetzt soll es so sein, dass die KI, den Großteil ihrer Armee, dem Hauptkampf, zum Hauptkampf schicken soll und nicht einfach irgendein Outrider, also irgendein Pistolierregiment hinterherläuft mit der ganzen Armee. Das ist gut. Das ist gut. Okay, dann wurde ein weiteres Problem behoben. Das habe ich jetzt nicht so gesehen bisher, aber weil ich diese Einheiten selten benutzt habe, was Kartei betreift insbesondere, aber das finde ich ganz nett, nämlich wenn ihr eine Einheit verwandelt habt, wie zum Beispiel die Kartei Legendären Lords, Miao Ying und Zhao Bing und Yon Bao und Bum Bum, wie sie so heißen, dann, die verwandeln sich ja von Mensch zu Drache. Und das Problem war, dass die KI angefangen hat, ihr Scouting-Verhalten, also ihr Aufklärverhalten nach unsichtbaren Einheiten zu suchen, begonnen hat. Denn das Problem war, dass die Transformation eigentlich zwei unterschiedliche Einheiten sind, die ihren Platz wechseln. Und wenn diese Einheiten, wenn sie verwandelt wird, dann sieht die KI, die ursprüngliche Einheit, die sich verwandelt hat, nicht mehr. Und sie geht davon aus, dass sie sie versteckt hat. Also wie Einheiten, die Blendbomben oder so werfen, damit ihr sie nicht mehr seht. Und deswegen gehen sie in den Suchmodus. Und weil sie nach Yon Bao, den Menschen, sucht, während Yon Bao, der Drache, sie gerade niedermacht. Das ist anscheinend geändert worden. Interessant. Weiterhin, es wurden Abstürze adressiert, die dafür gesorgt haben, Okay, anscheinend gab es Abstürze, Wenn die KI verteidigt hat und Einheiten hatte, die gerade zerfallen sind, Desintegrieren, also wie Dämonen oder Untote, Und nicht mehr viele Lebenspunkte hatten. Da gab es irgendwie Abstürze anscheinend. Ist mir jetzt nicht begegnet, aber vielleicht auch. Ich schreibe mir gerne in die Kommentare dazu, ob ihr das gesehen habt. Außerdem wurde ein Problem mit dem vorherigen Hotfix repariert, Der nämlich Waldelfen-Außenposten betroffen hat. Und zwar einige Garnisons-Einheiten und Effekte waren von den Gebäuden nicht zugeordnet. Naja. Okay. Besser als nichts. Ich würde sagen, das ist ein wichtiges Patch-Update gewesen. Vor allem der hier oben, Nummer 1, dass die gegnerischen Armeen sich nicht mehr von irgendeinem Outrider ablenken lassen. Also eigentlich sind es jetzt zwei Punkte für das Gleiche. Also der zweite Punkt ist, dass der Gegner nicht mehr eine ganze Armee oder einen Plankton hinterher schickt. Das obere ist, dass das Kampfhalten jetzt mittlerweile wieder funktioniert. Und okay, den habe ich jetzt zwar nicht gesehen, aber der ist natürlich auch noch doof. Also schön zu sehen, dass das hier gefixt worden ist. Wir sehen, Creative Assembly fängt sich langsam wieder an, um ihr Spiel zu kümmern, was lange Zeit nicht der Fall gewesen ist. Ich kann nur hoffen, dass der Großteil von Creative Assemblies Arbeitskapazität am nächsten großartig und tollen Total War hängt. Das Spaß macht zu spielen und viel Neues bringt und hoffentlich auch eine neue Engine hat. Weswegen wir diese ganzen Katastrophen momentan sehen. Aber ein schönes Total War War 3 habe ich natürlich mindestens genauso gerne. Oh, Total War War ist bereits tot, wisst ihr ja. So, das war's. Ich finde, auch wenn das hier klein ist, ich glaube die großen Patches, ich bin relativ zuversichtlich, dass uns schon was Größeres erwarten wird. Mit Patch 4.1 sowie Thrones of Decay kann mir nicht vorstellen, dass Creative Assembly sich erlaubt, dieses Disaster von Shadows of Change und dem Release von Total War Pharaoh nochmals zu wiederholen. Daher bin ich ganz guten Mutes, dass die Zeit wieder besser wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr den Kanal supporten wollt, könnt ihr auf dem MMOGR Shop in der Videobeschreibung Lords of the Fallen Deluxe Edition, okay. EA Sports und natürlich die ganzen Total War Games für deutlich weniger als auf Steam Kriegen. Mittlerweile 40 Euro bei Total War Pharaoh. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020